Was immer sich die Menschen vormachen, im Grunde bleiben sie immer Jäger. Ganz gleich, ob sie Städte oder großartige Monumente errichten, sie können ihre wahre Natur nicht verleugnen. Pfeil und Bogen, ebenso schlicht wie elegant, ist es wohl ein Zufall, dass alle Kulturen der Erde diese Waffe unabhängig voneinander entwickelt haben? Oder gibt es einen anderen Grund, unsere wahre Natur? Ein Urinstinkt, der in dieser Waffe seinen Ausdruck findet? Das Schwierigste an der Jagd ist natürlich, stets selbst der Jäger zu sein und nicht zum Gejagten zu werden. Wärmung, unbekannte Gefahr geöffnet. Wärmung aktiviert. 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 Säuberung des Liberty Dome einleiten. Jäger oder Gejagter. Ich weiß verdammt genau, was ich bin.